so hier der beweis also die ich würde an eurer stelle die software version bei sparkle ist es immer so bei den webentwicklern man muss genau die version finden die einen ruhe lässt meistens ist es so wenn die dann schon eine version geschafft haben die einigermaßen stabil ist fangen sie wieder an irgendwelche software versionen rauszuhauen die wieder ganz schlecht laufen also die firma schafft die beiden schaffen das sowieso nie das wird noch jahrzehnte dauern ist ihre ganze webdesign software mal einigermaßen stabil läuft also die version 5.2.4 habe ich durch getestet und die 5.2.5 jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich wundern dass ihr auf einmal so ein von chaos drin habt also man sieht hier das ist der von dosis das ist ein google font da streiten sich ja juristen und datenschützer ob man jetzt die fonts auf seinem eigenen web server hostet oder ob man jetzt die font sich von google zieht und dann google jedes mal weiß wer auf die seite darauf zugreift ich weiß ja nicht wie das ist wenn jetzt video embedded von youtube auf eurer webseite dann ist es ja das gleiche wie auch immer also und selbst da kriege ich meistens dann irgendwelche google search console warning warnings wenn ich auf history of aviation mal in youtube video im bedde auf der homepage wie auch immer das können euch juristen besser beantworten also ich mir geht es jetzt darum dass mich das jetzt richtig nervt weil den font terminal dosis den habe ich hier niemals installiert den gibt es auch gar nicht es gab bisher nur den von dosis den von terminal dosis den kenne ich gar nicht das hat mir jetzt das programm hier rein geklatscht ich weiß nicht wo das herkommt der von terminal dosis doppelt gemoppelt also das sieht ja vom schrift schnitt her und von von der typo sieht es ja genauso aus wie dosis die hauen jetzt aber terminal dosis hier rein ins fond menü obwohl ich gar nicht törme den font terminal dosis hier installiert habe das können euch die entwickler bis heute noch nicht erklären also wie dieses komische panel hier funktioniert hier erscheint auch kein von terminal doch hier terminal dosis ist auf einmal drin jetzt fragt man sich aber jetzt geht man auf die google webseite und sucht mal nach dem font weil jetzt habe ich mir von google runtergeladen den font mit der lizenz da müsst ihr aufpassen also wenn ihr da mal ein font runtergeladen hat mit dem ganzen font dateien und den den lizenzbestimmungen und ihr ladet dann das vielleicht ein jahr später noch mal runter weil euch der von verloren gegangen ist oder was auch immer dieses sieht dann anders aus also manchmal ist dann die font leistens fehlt und open type open font leistens fehlt oder sonst irgendwelche komischen lizenzangaben dass ihr das dürft auf eurem eigenen web server den fonds aus jetzt gebe ich hier mal terminal dosis ein ob es den font überhaupt gibt kann find any fonts den von terminal dosis den gibt es gar nicht also ich weiß nicht was ich hier die sparkle pro danken will cox und sein französischer team kollege sich haben wieder einfallen lassen daniel trambusti also da wie gesagt schmeißt also da irgendwer stimmt da nicht bei dem programm wie gesagt bleibt bei 523 irgendwas läuft da gerade kacke meine also das ist wirklich kacke also weiß nicht was die da rumfunzen wieder rumfrickeln ich habe die eigentlich hier installiert die fonts den schmeißt er mir jetzt raus den dosis aus custom fonts und dann haut er mir jetzt aber terminal dosis hier rein und ich habe das dann mal versucht hier wieder dosis rein zu hauen in custom font families und steht aber immer noch terminal dosis also ich werde jetzt sicherlich nicht die mühe machen die ganze webseite die ganzen headlines von dosis in terminal dosis um zu benennen von font den es auf google gar nicht gibt also schmeißt die version die veräppeln euch wieder die beiden entwickler daniel trambusti und danken will cox ich würde an eurer stelle die version 525 und 524 von eurem rechner wieder löschen und bleibt einfach bei der 523